ja hallo zusammen der firmenfunk uns geht es um arbeiten eigentlich er weil wir selbst da sage ich mal hier und da probleme gesehen hatten und da haben wir arbeiten müssen weil wir beide arbeiten müssen dürfen dürfen haben wir angefangen darüber den podcast aufzunehmen erst zu zweit dann haben wir auch gäste eingeladen da ging es wirklich darum wie kann man sachen vermeiden dass man die arbeit irgendwie zum kotzen findet und da halt uns überlegt welche welche faktoren sind es überhaupt und so haben wir angefangen wie gesagt zu zweit dialog zu führen mit ludger dialog und dann halt auch gäste eingeladen jetzt mittlerweile mache ich irgendwie mehr alleine aber wenn das so rein hört hört er dann wirklich aus unterschiedlichsten bereichen das sind für so themen oft fallen so begriffe wie digitalisierung was in gewissen kreisen glaube ich komplett ja irgendwie verhasst ist aber in denen zumindest wo wir leute interviewt haben was irgendwie noch aktuell oder ist ja ich muss vielleicht mal ein bisschen ich fühle mich hier in seiner recht vorerziehungsposition jetzt also ich das gefühlt ich glaube das hast du nicht absolut gemacht ja das ist in der tat so dass es am anfang zu zweit war und dann hast du einfach so viel gast gegeben also keine ahnung also wenn wir das immer zu zweit gemacht haben uns abgesprochen hätten dann wenn jetzt ungefähr so 0,3 episoden online und der wahnsinnige leonid hat halt schon über 30 wo sind wir du 38 genau knapp 40 schon rausgehauen seit ende letzten jahres oktober irgendwie september letzten jahres ja genau genau aber vielleicht einfach noch dazu also dass das problem ist halt der podcast ist wirklich aus einem reiner interview podcast also ich mache keine folgen wo ich alleine rede sondern eigentlich immer lade ich hier jemanden ein mit den jenigen quatschen wir über alle möglichen themen was bedeutet es ein scheiß chef zu haben was ist halt gute führung wie sollen firmen gewisse sachen umsetzen wie kann man teams motivieren also alles eigentlich was wo menschen sagen ja ich lege mein gehirn ab wenn ich in die firma reingehe dann sitze ich da meine zeit ab und dann haben wir gesagt es kann nicht sein wir verbringen die meiste zeit in der wir wach sind eigentlich bei der arbeit da muss man was tun damit das nicht so scheiße ist eigentlich und diese sachen wie ich brauche noch zehn jahre und dann bin ich in der rente denke ich mir immer so mein gott noch 20 jahre und du bist irgendwie unter der erde also man kann doch nicht darauf arbeiten dass man dass man halt abtritt sondern muss jetzt und heute man kann man kann man sollte es nicht meiner meinung nach sollte man sagt sag ich mal lust und spaß an der arbeit haben und zumindest leute die so großen firmen gefangen sind merken immer wieder das ist so eine entweder so eine hamsterrad geschichte oder dieses überforderung unterforderung immer immer das panel da man man weiß nicht wozu man das macht wozu man jeden tag aufsteht und um all diese themen so nach und nach anzugehen gibt es halt den firmen funk und also ja also du hast ja im sendegate quasi so ein mal gepostet und gefragt hier wer hat da bock drauf zu dem thema da bin ich eins in die falle getappt sozusagen ins netz gegangen und das hattest du ja im vorgespräch gesagt das fand ich halt ganz schön sowas wie ja so selbsthilfe und sozusagen aus dieser frustrierten haltung da irgendwie oder aus dieser passiven halt sagen wir mal da rauszukommen also selbst in sagen wir mal arbeitsfeindlichen umgebungen gibt es trotzdem noch möglichkeiten das zu tun also mindestens für sich oder halt auch im besten falle noch für das drumherum eigentlich schon wenn man merkt das ist so was wir immer wieder auch gesagt haben irgendwie mit gästen wenn man anfängt mehr mehr sich um um sein umfeld zu kümmern um die kollegen vielleicht merkt man dass halt die arbeit auch viel angenehmer wird sozusagen wenn man mir mehr den der umgebung gibt als man erwartet das passiert halt oft nicht dass da viel viel zurückkommt aber man wirklich sagt okay ich tue was damit das umfeld oder die menschen mit denen ich arbeite eine bessere arbeit haben fühlt man sich selber besser und so um diese sachen geht's firmen die einfach so als graswurzelbewegung dieser begriff sozusagen komplett unterm radar irgendwelche sachen starten wo eigentlich keine unterstützung vom chef vom management gibt und die sachen wachsen an von 23 mitarbeitern dann auf 1000 mitarbeiter an und werden dann so offiziell weitergetragen diese motivation die leute haben sagen geil also ich mache da wirklich mit leidenschaft das was man vielleicht in irgendwelchen open source community sieht also dieser dieser drang ich gebe aus der community einfach weil ich es geil finde daran mitzumachen also wenn man jetzt das ganze sage ich mal die infrastruktur die ich benutze zum podcast also ultraschall studioling dass das in der firma jemand sowas freiwillig macht sozusagen das gibt es ja eigentlich nie dass man sagt ich mache etwas weil weil ich dafür irgendwie weil ich weiß dass es einen sinn weil da kommt der chef und sagt machst du nicht kommt der chef sebastian sagt ja so studioling da gibt es ja skype das macht fast nie einer also niemand so außer du außer chris ja also genau also es gibt halt also nahezu nicht genau aber ich fand das quasi eine so eine halbe überleitung zu dem ersten haupttopic working out loud dieses mit graswurzelbewegung und das ausrollen von zwei und alle sind angefixt auf tausend leute ja genau das war so eine bewegung unter wenigen leuten sage ich mal erst mal und jetzt ist es viel breiter jetzt kennt man das also viele lesen diesen begriff als eher so hype aber es ist eine gute art um sich zu vernetzen also und sage ich mal dieses man arbeitet zusammen an einer sache bringt die voran vielleicht kann man jetzt finden so den bogen zum podcast schlagen dass man hier zusammen arbeitet was zusammen veranstaltet weil man eine idee hat dass man das sozusagen diese systematik irgendwie schafft auch in der firma dass leute sich einfach freiwillig zusammenschließen etwas tun weil die überzeugen sind dieses unternehmen voranzubringen aber von sich aus nicht weil das von oben irgendwie verordnet wurde und diese sachen haben wir da auch ziemlich oft angesprochen und ja oft wird auch vorgeworfen dass diese themen in so einer elitären blase sich bewegen dass viele leute davon gar nicht betroffen sind aber man kann es schon eigentlich auf andere bereiche projizieren und es gibt viele beispiele davon wie leute die überhaupt nicht zum beispiel aus den software entwicklung kommen wie diese elemente auch anwenden bei sich und ihre arbeit viel viel angenehmer für sich gestalten einfach diese soziale komponente wieder einbringen und die arbeit menschlicher machen anstatt einfach nur ein zahnrädchen einer maschine zu sein was dann sachen macht ihm gesagt wurden und das ist sozusagen die idee die mission glaube ich des podcast so ein bisschen impulse zu geben vielleicht die arbeit anders zu betrachten auch mal einzufordern dass da was kommt es geht nicht um so eine sozial romantik muss alles alle lieben der arbeit sitzen dann rum und reden über über das arbeiten mehr genau sondern es geht nur darum dass man wirklich sagt ich bin motiviert von mir aus sozusagen intrinsisch wie man schön sagt und mach was tolles weil ich bock habe in dieser firma zu arbeiten und ich glaube wenn wir ein paar leute dazu motiviert haben im laufe dieser folgen dann freue ich mich darüber ja und zu diesen unterschiedlichen themen also wirklich na so working out loud am anfang schon ein bisschen schwerpunkt mäßig und du hast ja irgendwie experten quasi expertinnen zu den unterschiedlichsten themen dir ja genau gesucht wie gesucht ich habe die gesucht das war am anfang so ganz irgendwie salopp über xing leute geguckt ja wer macht was wen schreibe ich an erstmal gibt ja ich schreibe ich jetzt überhaupt leute an dass sie da was machen wollen am anfang war es ja so ja ich bin so klein podcast geht mir vielleicht helfen dann haben leute gesagt ja ich mache bei der idee mit dann dann sind die dabei gewesen wir haben uns immer irgendwie über skype teilweise über studio link verbunden das ist dann bei den menschen nicht interviewt habe war echt schwierig manchmal weil dann habe ich den erklärt wie man da die einstellung trifft das habe ich immer gesagt ne machen wir einfach über skype da ist zwar die qualität nicht so gut dabei ist schneller wir haben oft erst mal ein vorgespräch geführt wo ich gesagt habe worum es geht das war irgendwie so der hook für die meisten mittlerweile ist es eher so dass wenn ich sage hey hast du bock mal im firmenfunk mal irgendwie über das und das zu sprechen dann sagen leute ah ja den kenne ich dann mache ich mit das ist ein bisschen einfach geworden aber trotzdem also ich erkläre immer wieder oft die gleiche story vom podcast und warum haben wir das ganze gestartet manchmal denkt so gott du hast schon zum zehnmal gesagt irgendwie eine andere story einfallen lassen aber so ist das also ich hatte auf band aufnehmen oder hast du audio technik ich schicke einfach einen link sagen hier wenn du eine frage hast zum podcast der erste link ist die mission der zweite link wie nutze ich studio link das schicke ich auch mit sehr gut automatisierung genau aber zum thema automatisierung also wir planen die folgen alle online über workflow wie das habe ich von tim brittloff mehr abgehört sage ich mal und dann schicke ich demjenigen dem gast immer den link gesagt hier das ist unser unsere outline von unserer aufnahme beide wissen worum es geht und dann ist eigentlich alles ziemlich liegen also wir telefonieren über skype ich nehme das über ultraschall auf dann höre ich mir das noch mal an machen ein bisschen sage ich mal schönheitspflege von der aufnahme also ich schneide eigentlich nicht das ist auch immer die frage haben wenn ich da jetzt a und er sage und irgendwas blödes bei der firma schneidest du es ich so habe geheimnisse ausspricht dann wird unser podcast schnell zu hände aber wenn du sag ich mal das was sagst du hast keine angst ich schneide nichts also es geht eigentlich direkt so ins netz wieder wie wir das besprochen haben genau und ja mittlerweile halt die 38 folge weitere folgen sind geplant die sind meistens ja dankeschön die sind meistens alle alle ziemlich frei ich sage den leuten auch ich rede über die sachen die mich interessieren aber wenn jemand mir ein thema vorschlägt und sagt das ist auf jeden fall wichtig für die arbeitenden menschen da draußen dann nehmen wir das auch rein und genau weiß ich nicht hätte noch was zum firmenfunk ein also was man auch sagen kann ohne dass wir jetzt eine folge paraphrasieren also hatte ich jetzt vor also episode 1 da haben wir auch gequatscht das bringt nichts nein ich bin meine playlist noch mal durchgegangen und habe ein paar dinge die ich jetzt cool fand weiß ich nicht also ob du irgendwie ein paar highlights hast noch mal um diese bandbreite auch zuteil zeigen also slack time in der firma wie das wie man das nutzen kann wie man das einführt und was ich daraus entwickeln kann man ist manifest für menschliche führung also ganz schönes ding ja eine episode people and culture die letzte war das glaube ich zu von der digitalisierung aus die sparkasse genau und das war sehr spannend das war also die fand ich auch der gas hat mich dazu angeschrieben gesagt wir sind eine sparkasse in rostock und würden gerne darüber reden wie fortschrittlich weil es ja nicht genau kleiner gut das ist ja wenn du dann sagst wir sind eine sparkasse und im jahr 2018 haben wir ein social network dann ist es für viele nichts besonderes für eine sparkasse ist es was besonderes also für dies ist tatsächlich und das interessante was ich gelernt habe man könnte denken sparkasse ist ein so riesen unternehmen vielen filialen jede sparkasse ist eine eigene sparkasse und wenn die eine bei sich sowas etabliert hat haben die anderen nicht nichts davon also die fand ich ziemlich cool und also das beste dann fand ich dass er alexander und sabine kluge als marianne und michael digitalisierung bezeichnet hat also das fand ich sehr schön dann agile transformation von der firma die besitztel war virtuelle zusammenarbeit kollektives wissensmanagement also waren jetzt alle das alles folgen die ich halt auch die mich direkt so angesprochen haben und auch dieser eine ausflug in die politik genau was jetzt halt würde man denken erst mal direkt nicht mit firmen unternehmenskultur oder sowas zu tun hat aber dann wenn man noch mal um die ecke denkt halt auch also so politische rahmenbedingungen beziehungsweise ja was halt demokratie auch mit unternehmen und in unternehmenskultur zu tun also coole sachen aber zu dem thema fand ich interessant hat mir eine eine also eine person die ganz oben im unternehmen angesiedelt ist meinte aber man sollte die menschen so führen wie man sich vorstellt die in die gesellschaft zu gehen und die menschen dort zu behandeln also eigentlich spiegelt sich das wieder und ich glaube wenn menschen jeden tag bei der arbeit irgendwie schlecht behandelt werden wie auch immer von ihren chefs von kollegen vielleicht weniger auf ihren chefs die gehen halt dann wieder raus und ich glaube das werbt aber auch auf unsere gesellschaft nach und nach und dieses ich muss gehorchen mein chef hat mir was verboten dass das wird schon einen auch belasten und ich sage seit also meinen wieso ich das thema führung interessant finde als als chef als guter oder schlechter chef beeinflusst man nicht nur eine person sondern auch die kinder der person ehefrau ehemann und so weiter und das heißt man hat nicht nur einen menschen das leben besser oder schlechter gemacht sondern vielleicht gleich 8 oder 10 und bei 80 mitarbeitern ist es eine ganze horde und man muss überlegen was für eine verordnung eigentlich man als firma hat wenn man wenn man keiner hat leute an schreit oder schlecht behandelt weil man denen das geil halt zahlt ja ja nicht nur in unternehmens zusammenhängen so aber natürlich da auch ist ja unser topic für dieser ist unser topic genau so ja wollen wir das andere thema ansprechen weil das andere thema das andere thema das habe ich noch aus dem konzept gebracht so jetzt mache ich weiter ludger denkt nach ja nein ich suche die seite macht macht man überleitung das ist wofür der podcast nicht bekannt ist die sind immer hart und ohne vernünftige überleitung jack könntest du jetzt den jingle einspielen komm mal weiter jetzt ja live das andere thema das andere thema was wir ansprechen wollten was mich interessiert warum ich damit auch angefangen aber also ich habe wir haben gesagt firmenfunk macht ja alles mit mit firmen zu sagen es geht dreht sich immer um unternehmen und da haben wir über die unternehmen gesprochen und denkt war mal im zuge vieler gespräche mit meinen also mit den gästen ich habe mir die noch gesprochen sozusagen hinter hinter der aufnahme habe ich gefragt habt ihr den podcast im unternehmen und haben sie gesagt also ist irgendwie nicht so dieses format was wir kennen und haben gesagt auch interessant ich probiere es aus bei mir im unternehmen den podcast zustande zu starten intern und was es bedeutet wie also für mich privat war super einfach zu starten klar man muss das noch aufbauen irgendwie aber der rest ist so ein bisschen geld ausgeben und man kann starten und dann waren bei mir so viele interessante sachen die die ich dann gemerkt habe die gehen überhaupt nicht einfach wenn man im unternehmen das ganze macht und es fängt schon bei so sachen an ich darf keine aufnahme bei uns machen also ich darf einfach nicht jetzt hier mich so hinsetzen mit einem h6 rekorder und ludger interviewen das heißt das ist verboten ich brauche erstmal eine schriftliche genehmigung die ich mir einholen muss die hat doch einen schönen monat gedauert bis ich sie bekommen habe ja ihr seid doch agil oder wir sind agil ja das interessante ich dachte es nur bei uns und wir haben viele leute dann zurückgespiegelt ja bei uns ist im unternehmen genauso also ich habe jetzt eine folge aufgenommen tatsächlich auch veröffentlich intern bei uns dazu auch gutes feedback bekommen es geht da tatsächlich noch nicht um arbeitsthemen ich hoffe wir kommen auch daran also dass wir sowas wie ein firmen funk im unternehmen starten das wird aber bisher noch nicht so gut glaube ich ankommen aber die gleichen sachen sozusagen die ich da gelernt habe in diesem podcast spiele ich wieder bei uns sozusagen in der firma wir reden über technische themen aber halt ja alles alles sozusagen unter kollegen und menschen die ich schon kenne aber im gleichen format und mit der gleichen idee eigentlich uns zu vernetzen und ich finde podcast an der stelle ist halt ein gutes mittel sozusagen ja so eine community of practice aufzubauen da reden halt auch im firmen funk darüber wie wichtig ist das know-how zu teilen und über diese audioschiene finde ich kommt das gut an bei uns ja also das wieder sozusagen das medium podcast diese emotionalität denke ich ist da total wichtig und halt auch ein tolles der vehikel oder hilfsmittel also ich bin ja auch da interessiert sag ich mal bei mir bei uns in der firma was anzuschubsen und da ist halt mein hauptinteresse auch genau das ding also so sowas wie vernetzung networking community of practice was weiß ich also wir sind jetzt halt nicht so wie bei dir so ein riesen schiff so ein tanker sondern kleine butze mittelstand aber das irre ist also manchmal fühle ich mich halt wirklich wie in einem konzern das ist wahnsinn und da weiß ich bin ich halt selber manchmal sprachlos wie oder warum es da jetzt irgendwelche barrieren gibt und das ist sozusagen die hoffnung die ich damit verbinde wenn man sowas intern aufsetzt dass halt solche hypothetischen barrieren oder vielleicht auch eben echte barrieren dass die halt löchriger werden oder fallen ja das hoffe ich auch also ich glaube auch ich bin auch fest davon überzeugt dass das viel bringt fall das gute sage ich mal in dem podcast oder mein ziel war und jetzt wieder den bogen zur filmung zu schlagen dass diese sachen von den mitarbeitern ausgehen also wenn du jetzt zum beispiel sagst unsere kommunikationsabteilung macht ihr so total geile videos werbevideos intern das ist immer irgend so ein ding also bei uns ist es das ist irgendwie eine praktikantin interviewt einen von der geschäftsführung und das ist alles geskriptet cool das ist interessant das hört sich sehr interessant dass das feedback sogar der abteilung als ich bei uns offiziell den podcast vorgeschlagen haben gesagt ja wir machen so videos die kommen aber nicht gut an habe ich gesagt okay alles klar und voll merkwürdig voll merkwürdig und dann habe ich gesagt okay dann müssen solche sachen einfach von den menschen aus ausgehen und ich habe bei mir einfach leute angeschrieben von nicht wusste dass sie was tolles machen gesagt es gibt sowas wie ein podcast leute die gesagt haben geil höre ich mir ab und zu mal podcast irgendwie an da war es einfach bei anderen schwieriger habt ihr eingeladen bisher ist es halt alles sehr so wird es im firmenfunk dauert es wirklich manchmal so ich rufe an oder wir telefonieren kurz die woche nehmen wir auf die woche geht die folge ins netz bei der firma ist es so ein termin im nächsten monat ich bin ja voll dann gibt es die aufnahme noch einen monat später das dauert halt alles länger deswegen da gleich irgendwie mehrere sozusagen köder rausschmeißen dass man wirklich mit vielen menschen gleichzeitig im gespräch ist weil dann kommt das alles asynchron und ungeplant trotzdem das kommt von uns sozusagen von den menschen und wir stellen wirklich fragen die uns interessieren keiner filtert das also wir haben zwar mit dem gast auch abgestimmt also mit den gästen was wir aufnehmen aber niemand erlaubt uns oder verbieten uns was zu machen und ich glaube von diesen formaten würden unternehmen heute sogar kleine unternehmen und können bei dir wirklich profitieren ja also vielleicht hat es mit der unternehmensgröße halt einfach auch gar nicht so viel zu tun wenn man vielleicht erstmal denkt sondern mit dem ja mit dem system ja also das ist halt dieses ding wenn also ich habe da eben diese dieses interesse halt ja in kommunikation einfach zu kommen in austausch und wie ist das halt bei dir gelaufen also also das firmenfunk mäßig gemacht ich mache das jetzt und boom schiebt das jetzt hier bei uns ins intranet rein oder gesagt bitte 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 ja das war das war wirklich sein habe ich meinem chef erstmal gesagt was ich machen will er meinte ja eine gute idee manchmal damit das glühende licht nach sich okay wie bekomme ich das überhaupt ins netz da habe ich ja kein wordpress kein potloff publisher so am anfang war meine erste idee und habe ich herausgefunden bei uns kostet das hosting für so damit ich eine wordpress instanz wordpress instanz mit einer datenbank habe um dort einen podcast zu veröffentlichen müsste ich 200 euro im monat zahlen für das ist nur eine kostenstelle ja aber die kostenstelle wird von einem kostenstellenverantwortlichen überwacht und er sagt so für was und mal vier einmal zwölf und was ist kpis und was haben wir davon und da war es halt vorbei von da habe ich geguckt was gibt es anderes wir haben da so eine enterprise social network community wo man das rein posten kann es gibt auch so eine video und audio plattform die unglaublich schlecht ist und das ist halt mal so mein player mein podcast wird über so ein player jetzt veröffentlich ist einfach nur ein play button und stop button also man kann keine kapitelmark nichts davon machen deswegen habe ich gesagt okay machen wir folgen ganz kurz diese haben meistens eine message irgendwie ein thema weil diese ganzen sachen sind da nicht gegeben und dann aufnehmen ich habe mein privates equipment was ich raus rein nehme ich muss jedes mal beim fördner das aufmachen alles alles aufschreiben lassen was drin ist wieder reingehen beim rausgehen das gleiche ich bekomme tatsächlich dafür keine dauer genehmigung weil die menschen sind überzeugt eigentlich müsste ich müsste sich die firma das leisten können und du musst ein privates equipment nicht bringen sehen andere menschen anders und habe ich für jede folge viel theater aber trotzdem das feedback von den menschen als es bringt was also und deswegen kämpfe ich sage ich mal dafür dass wir in firmen solche formate etablieren weil das ist halt vom aufwand unglaublich die leute sagen so ja wie viel aufwand bedeutet das nicht so zwei stunden deiner arbeitszeit oder privatzeit wie auch immer eine stunde wir reden über die aufnahme eine stunde wir nehmen auf und dann mache ich quasi das post processing zu hause was auch interessant ist eigentlich mit datenschutz und so weiter das wieder von meinem h6 darf ich die sachen eigentlich nicht auf meinem privaten rechner kopieren weil die enthalten die aufnahme die in der firma gemacht wurde ist alles so ein bisschen grauzone eigentlich vielleicht sogar ein bisschen verboten was was man da machen muss aber so die anfänge davon ich glaube die idee und das bröckelt vielleicht nach und nach und die firmen sehen ein dass podcast auch intern interessantes format sind so verbrecher ich bin ein verbrecher ja es einfach einfach vom sende geht ja mich da ja genau die die vom sende geht tim ist schuld alles klar genau ja ich hatte gerade gedacht gibt es fragen so also guckte ebenso ja alles klar wir überziehen ja also ach so genau ja wo ist das dass das andere gelb das ist mir gelb genau und kann ich glaube ich so an oder hallo jetzt mehrere fragen zuerst wüsste ich halt nur gerne welche firma es ist aber vielleicht jetzt an die die vielleicht für mehrere leute interessant ist für deine gäste bekommst du denn mit dass die bevor sie zu dir ein podcast gehen so gewissen freigabeprozess innerhalb ihrer eigenen firmen haben zum beispiel db system irgendwie mussten die dann erst ganz viele sachen klären was sie sagen dürfen ja nein vielleicht also wo sind da so widerstände und wie kann man das proaktiv wenn man irgendwo in so eine sendung kommen möchte ja schon mal alles den haken bekommen okay also zu der ersten frage würde ich jetzt das nicht sagen sondern man findet das sehr schnell über mich online ich möchte mich nicht äußern aber zu der zweiten frage ist wirklich immer so gewesen je nachdem ich hatte viele leute im podcast die diesen irgendwie freiberufler da ist es ja halt deren sache und bei db system wir haben aufgenommen und dann habe ich ungeschnitten einfach die rohfassung geschickt die wurde irgendwo gegen gehört und mir wurde gesagt jo mast darfst halt die reinnehmen und bei menschen die schon mal gezweifelt haben habe ich selber erzogen eigentlich dass sie das mitnehmen weil ich gesagt habe wenn ich das veröffentliche und dann kommt ihr mir zwei monate später und sagt das darfst du nicht dann ist es für mich eigentlich blöd von daher sage ich mal wenn wir themen und die sache ist auch immer so ich als als einladender sage ich mal bitte überlegt euch dass die themen die ansprechen nichts internes und nach außen bringen weil vielleicht stufte das als harmlos ein aber es ist vielleicht schlimmer und eigentlich haben wir bisher keine probleme zu dem thema gehabt ja wir werden angegriffen wer die drohne geschickt na cool ja danke dankeschön ja ludger von daher kann ich gar nicht leute dazu vielleicht animieren mal da rein zu hören wenn irgendwie fragen habt zu dem thema die an uns auch zu richten oder wenn ihr sagt irgendein bestimmtes thema interessiert uns im bezug sage ich mal auf arbeiten auf firmenfunk themen für dich die gerne mit rein nehmen oder ich suche mir gäste die das beantworten können so eher aus der professionellen schiene hier und da kenne ich leute die sich damit tatsächlich professionell beschäftigen und mir einfach mal ihrer e-wissen so teilen zu frei zur fügung stellen würde ich gerne mitnehmen und ja freue mich über neue hörer auch neue gäste auf jeden fall also ich es geht auch feedback aus firmen also wenn jemand wirklich was zu berichten hat und sagt wir haben da was geiles gerissen gerne mit rein weil das hilft also den anderen auch irgendetwas zu bewegen also ist eigentlich der grund wenn ich dann sage schaut also bei uns war die frage ja hier scrum in der entwicklung das machen so kleine firmen das macht ja kein mensch eigentlich im großen konzern habe ich sagt mir ich habe da leute interviewt die sind ein konzern und die haben tatsächlich viele bereiche geändert und tatsächlich profitieren die leute dass viele von mitarbeitern ist positiv nicht nur von management und das könnte vielleicht jemand noch helfen wenn man irgendwie irgendwas startet über sich in der firma und sagen nein da habe ich was gehört wenn ich nicht glaubt kontaktiert die leute die dein podcast waren ich glaube die sind doch alle super froh wenn wenn wirklich die dazu beitragen können dass es auch in anderen firmen besser wird genau ich kann es beweisen leonid hat gesagt dass gerne mich als quelle nehmen aber genau das so wie früher abgestraft wurde aus wikipedia zu zitieren das sei ja nicht wissenschaftlich okay das hatte ich mir gerade noch aufgeschrieben wie ist denn so deine einschätzung feedback technisch und so also was was kommt da zurück also jetzt kommentare zu episoden oder so oder wurde wo du sagst hier das ist das ding da haben 28.000 runtergeladen und 14.000 geliked und also was war super ankommt ist wenn wenn wirklich bei uns aus unserer firma leute aus dem höheren management sich hinstellen und sagen geil ich unterstütze solche dinge und da gab es eine folge und ich hoffe demnächst kommt noch eine und das kommt wirklich sehr gut an weil dann glauben menschen wieder daran dass das was wir jetzt so auf unserer untersten ebene versuchen zu bewegen das ist tatsächlich auch eine chance hat die themen kommen gut an und irgendwelche work hacks sozusagen die man die man halt da präsentiert was man machen kann also die folgen sowas wie slack time und demnächst kommt noch so ein ähnliches thema wo man wo menschen einfach mal im unternehmen möglichkeit bekommen sowas wie eigene eigene idee voranzubringen also unternehmen im unternehmen zu starten so ein start-up intern solche sachen kommen auch gut an weil weiß nicht menschen finden das interessant das motiviert sie kommt unterschiedliches feedback leider merke ich auch das ist leider nicht leider aber es war nicht meine intention dass das der podcast so ein bisschen die richtung von von human resources abdriftet also thema aus diesem thema und dass das verliert so eigentlich meine von unten nach oben bewegung sondern irgendwie kommt das so ein bisschen der richtung an da muss ich schauen dass ich vielleicht noch mehr themen anspreche die wirklich nichts damit zu tun haben wie man ein unternehmen verändert sondern wie kann ich als mitglied eines teams dafür sorgen dass dieses team besser performt und bock hat zu arbeiten also dass wir vielleicht so mein feedback und sagt alles andere kommt über twitter ja ich habe vielleicht insgesamt zehn kommentare im wordpress über die ganze zeit wie hieß das gestern nochmal einmal durchs forum durch feudel also ich habe mehr spam als als echte kommentare im wordpress das kommt noch nicht so gut aber über twitter kommt jede menge feedback und eigentlich immer positiv fast immer aber also was man ja schon sagen kann über die zeit hast du dir ja wirklich da irgendwie so ein netzwerk aufgebaut und das ist ja auch sozusagen der benefit für dich also das einfach neue leute kennengelernt hast und da jetzt so drin steckt dass du halt eben auch wirklich leute ausfindig machen kannst oder zu themen da genau dich auf die suche begeben kannst und da halt auch denke ich so ein gesprächspartner oder partnerin findest die was zu sagen hat ja genau also das ist für mich der podcast ist alles ich stecke da meine zeit rein ich bin für die nächste dadurch halt und werde auch nie will ich auch nie was ich dafür halt als gegenleistung bekommen ist halt neue menschen kennen das finde ich so spannend also ich finde es eigentlich das podcasten war echt eine tolle sache und vor allem in diesem bereich in so viele firmen reinzuschauen es ist eine tolle sache ja ok genau das stelle ich mir auch spannend vor ja alles klar ja zielgerade oder ich würde sagen schon ja alles klar dann kommt jetzt werbeeinblendung genau wir wurden unterstützt von daniel also forum durchfreudeln zum beispiel und so nein quatsch tschuldigung was mir aufgefallen ist zwar katharina war da und so also schon ein paar frauen sind aber glaube ich noch ein bisschen unterrepräsentiert ist das ist das nur mein eindruck oder ist nicht sein tatsächlich ist es wirklich so ich merke jedes mal wenn ich neuen gesprächspartner in wordpress eintrage dann ist dann wähle ich immer mail eigentlich ich habe schon mehrmals bei twitter irgendwo eingeschrieben hier bitte also ich würde gerne auch ein paar damen einladen dass sie über die sachen reden bisher sind nicht so viele gekommen also ein paar sind sozusagen in der pipe die ich jetzt akquiriere würde man sagen im berufskontext dass wir eine folge aufnehmen aber da ist noch nichts passiert wieso auch immer also obwohl man eigentlich wenn man die wirklich in die ganze community reinguckt in dieses thema es sind fast überwiegend frauen unterwegs also bei uns wir alle greifwurzelbewegungen zu diesem thema bei uns in der firma das sind die vier typen von frauen oder eigentlich noch weniger und wenn man jetzt andere themen nimmt wie podcasts sind überwiegend dann männer bei uns in der firma ja okay gut dann ich habe vielleicht meine wahrnehmung nicht ganz oder nehmen das stimmt schon und mit der eisbucket water challenge dings da ne also dingsi podcast challenge ich nominiere augenhöhe aus der augenhöhe community silke linstra tschuldigung also ist ein niederländischer name und ich bin da in der aussprache nicht so bewandert lu instra und aus dem glaube ich von ihr mitgestatteten netzwerk new work women women plural nadine nobile okay aha okay ja also fände ich cool wenn die vielleicht lust haben da sich zu äußern wenn sie wenn sie diese aufnahme hier sehen sonst muss ich da aktiv an sie rangehen ja oder ich ich schubse mal also kannst du auch gerne machen und sonst habt ihr noch ein wunsch also weiß nicht ob man ob wir auch so eine frage einfach mal in die zuschauer und stellen können wie ist das thema für euch also ist jemand davon so betroffen sage ich mal über die arbeit nachzudenken und sagt ist einfach geil was ich tue und irgendwas wieder macht ist halt euer randproblem also genau läuft also mein job ist berufung für mich ich mache mal ich liebe meinen job wirklich und ich glaube wenn man so ein freies radikal ist dann kommt man auch auf so ideen einfach mal ein podcast zu starten wenn man der festen überzeugung ist dass es etwas ist was der ganzen organisation hilft und ich glaube es hat ein bisschen was mit dem eigenen mindset auch zu tun wie man das so 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 framet für sich vielleicht bin ich sehr von so einem illusions antrieb irgendwie voran gepusht aber nee ich denke es eigentlich ein glücksfall so wie es ist aber das tolle ist ja häufig hast du feste strukturen in konzernen ich glaube das was du vorhin mit kosten stellen und so weiter und so fort genannt hast wenn man das glück hat solche sachen irgendwie ja irgendwie zu hacken also für mich ist eigentlich organisations immer organisations hacking wie man da so vorgeht dann kriegt man seine sachen voran und sachen geschissen bekommen ist halt einfach jeden tag wieder eine neue motivation auf jeden fall also mit hacking das einfachste wie man hacken kann was ich leuten sage wenn ihr irgendein thema habt und ihr brennt dafür aber aber ihr bekommt keinen zuspruch von eurem vorgesetzten dazu dann macht das verdammt noch mal in eurer freizeit also es macht ihr für euch weil ihr dafür brennt dann macht das auch und nicht einfach so ich darf das nicht weil ich glaube die motivation die man durch diese also zum beispiel der podcast den namen mache ich jetzt komplett privat der bringt mir so viel einfach in meine arbeitswelt mit rein positives feedback alles da alles das einfach die motivation dass ich dann mittlerweile sage ja ich finde mein job gut also weil insgesamt insgesamt sag ich mal sind es beide seiten und auch wenn man sich bei uns das habe ich vor kurzem wirklich wir haben darüber diskutiert alle menschen die man so bei twitter sieht aus großkonzernen die nebenbei diese ganzen graswurzelbewegung soweit gebracht haben dass sie bei twitter unglaublich bekannt sind in diesen kreisen die machen beides sie machen ihren job was auch immer sie tun nebenbei diese sache und sie schöpfen sehr viel energie und ich glaube dass es so meinen mein word crack was sagen würde unternehmenshekt macht was wenn ihr das zeit für sich allein irgendwo macht das nach der arbeit wenn ihr stempeln müsst wie bei uns stempelt aus macht das mal schnell also schaut zu dass sie das hinbekommt also nicht immer in den rahmen unternehmensstrukturen arbeiten ja und das also das gefällt mir ganz gut also dieses organisations hack und ja da genau das schreibe ich mir das ist mein vorsatz fürs neue jahr ja die organisation mehr zu hacken meine also da wo ich das patchen 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 ja durch hacken passt man seine organisation ja auch ein bisschen an indem man selber vorlebt patcht man eigentlich das systemorganisation auch ein bisschen in die richtung von seiner eigenen zielstruktur genau der kernel ist völlig nur bugs also ja okay das ist eine gute sache vielleicht machen wir einen podcast zu dem thema organisations hacks genau ich habe da schon auch eine idee für einen gast sehr gut ist er hier keine ahnung holen wir gleich auf die bühne ja kommen wir zur verlosung oder was wir verlosen einen eine aufnahme mit dem filmpunkt das können wir auch machen so die frage heißt in welcher organisation war der letzte interview gast tätig so ich habe eben das ist ein bisschen unfair oder so ich gebe noch mal ein bisschen der der mogel der mogel der guckt der guckt haben wir hier könnt ihr mal kurz eben das wlan abschalten so also ja aber das war hat sich niemand gemerkt außer nerds siehst du das hat er gegoogelt genau hat er gegoogelt ja sehr schön nein ich habe euren podcast abonniert während eure sendung war und habe oben die erste folge sehr gut das würde ich als organisations hack bezeichnet ja den preis kannst du dir nach der sendung von leonid abholen lassen aufnahme hack genau so wir sind ich bin fertig also ja schön was ja auf jeden fall anders also ich bin gewohnt ich bin gewohnt mit studio link von der wand zu sitzen ja und und nicht mit mit menschen im raum wenn ich die aufnahme machen ja in so einen schönen raum vielen dank für eure aufmerksamkeit beehren sie uns bald wieder empfehlt uns weiter und bis zur nächsten folge der fünfund podcast mein job